An diesem Freitagabend feiert Daniela in ihrem Loft eine Party mit ihren Freunden, die sich nach einer harten Arbeitswoche verdient hat. Daniela verschiebt hierzu den Raumtrainer ohne großen Aufwand. So können die tanzbegeisterten Gäste das Wohnzimmer in einen Dance-Store verwandeln. Noch bevor die Party losgeht, wird eine Runde eingelocht. Warum auch nicht, wenn man den Golfplatz einfach aus dem Schrank herausklappen kann. Stunden später machen sich Daniela und die Gäste vor dem TV bequem. Er kann ausgezogen und im Blick Richtung der Gäste gedreht werden. So geht wieder einmal ein schöner Abend zu Ende. Wir sehen euch morgen am letzten Tag der Interzone wieder hier am Häfenstand. Bis dann!